Phantom Riders, Ihre Zeit ist gekommen. Nach neuesten Berichten befindet sich Colonel Marshall immer noch in Vietnam. Wenn er dort unten von den Vietcong festgehalten wird, lautet Ihr Auftrag, ihn da rauszuholen. Wenn er aber ein Überläufer ist, müssen Sie ihn eliminieren. Phantom Riders, Ihr Weg führt zurück in den Dschungel. Ihr einziger Begleiter ist der Tod. Sie kämpfen, um zu überleben. Ihre Ausbildung ist gnadenlos. Das wird mit Sicherheit kein Spaziergang. Wenn Ihr da wieder rauskommen wollt, dann reißt Euch zusammen. Sie sind bereit, schonungslos abzurechnen. Phantom Riders. Phantom Riders, Sie kehren zurück als Vollstrecker. Phantom Riders, Sie Toyota. Vielen Dank.